Es ist ja so, wir wollten verschiedene Drucktechniken ausprobieren und das haben wir hier mit diesem Stück Kreppband probiert, aber das sieht man halt noch nicht. Sonntag werden wir dann mit dem Druck anfangen. Ich denke in der Umsetzung müsste man mal gucken, dass man eine Farbe findet, die diesen Effekt auslöst. An weitem ist das nicht so sichtbar, dass es glänzt und wenn man näher hinguckt, ist es so wie gerissen. Das ist interessant. Damit es so körnig wird, haben wir überlegt, dass wir Sand drunter streuen und dann irgendwie versuchen dann halt mit der Rolle einfach so neue Texturen zu entwickeln. Ja, Gila und Jala haben uns jetzt eben gezeigt, erst mal ihr erstes Outfit. Dort wurden besprochen, in welchen, ja welche Details praktisch umsetzbar sind, wie man es eventuell im Detail auch noch vielleicht ein bisschen perfekter hinbekommen könnte. Also bis jetzt stehen ungefähr von acht Outfits, ich würde sagen sechs Outfits, stehen schon. Also das bedeutet einfach, dass wir in der Kombi schon fertig sind. Sie haben erst mit den Prototypen in den unterschiedlichen Stoffen, die gerade zur Verfügung waren, einfach mal genäht. Wir können uns das eigentlich relativ gut vorstellen, wie eventuell ein anderer Stoff aussieht, weil wir oftmals ja beim Einkauf auch Prototypen sehen, die wir hinterher in einer ganz anderen Farbe, eventuell auch in einem ganz anderen Stoff gedanklich praktisch sehen müssen. Gila und Jana haben ja so viele Ideen auch, die sie dann in einen Teil reinpacken wollen. Ja, genau. Und dann wird das vielleicht so viel, dass man vielleicht die Grundidee und das, was gerade so besonders schön ist oder besonders kreativ ist, dass er vielleicht ein bisschen untergeht. Wenn man das so ein bisschen abspeckt, dann wird es noch ein bisschen klarer. Entweder könnte man den so tragen, dass man hier quasi diese Wellen und auch die Löcher ganz gut sieht, die Maschen, die offenen. Oder man, oder man, oder man, genau, je nachdem wie man möchte. Das Thema, was Gila und Jana haben, ist ja diese Black Swan und auch die Metamorphose. Und das ist natürlich ein ganz klares Design-Thema, was sie im Prinzip vorgegeben haben. Die haben es schon viel, viel, viel geschafft, aber die Details nehmen immer so viel Kraft und auch Mühe und auch Zeit in Anspruch. So, dann hat man schon was klassisch vor sich, was wirklich gut aussehen könnte, aber wenn man es hinterher am Körper hat, dann irgendwo passt es nicht oder es schoppt sich hoch oder der Stoff fällt nicht, so wie man sich das gedacht hat. Zum Beispiel ist Lisa aufgefallen, dass bei einem Ärmel, bei einer Jacke, wenn man den dann nämlich anzieht, ist es hier unten ein bisschen doch zu eng und man könnte es ja mit so einem Gummibund versehen an einer Stelle, so dass jede Dame, egal, je nachdem wie groß oder klein die Hand ist, gut reinschlüpfen kann und es ist dennoch nicht so eine Weite gibt. Ich dachte nur, die Silhouette der Beine, ob die jetzt so geradlinig bleiben oder ob man die vielleicht so verjüngen, etwas verjüngen, ohne zu eng zu werden. Es ist ja nicht mehr viel Zeit. Es ist nicht mehr viel Zeit, aber es ist eben auch noch unheimlich viel zu besprechen und zu bearbeiten und auch zu entscheiden. Man muss ja entscheiden, was mache ich jetzt. Ich entscheide mich dafür, also entscheide ich mich auch gegen etwas anderes, was ich vielleicht gerne möchte. Wir sind fix und fertig, weil einfach Arbeit, dann hier versuchen die Kollektion auf die Beine zu stellen, Probeteile nähen, bisschen die Nacht nähen, nicht schlafen, nächsten Tag wieder fit sein. An so einer Hose kann man ja im Grunde genommen ein Jahr lang diskutieren, bis sie dann irgendwo so ist, wie sie vielleicht sein sollte. Und dann gibt es so Situationen wie zum Beispiel, wenn Lisa und Thorsten da sind und im Gespräch mit denen und so was bestätigen. Das Feedback, genau, das Feedback, was sie uns geben, dass wir doch vorangekommen sind, uns kommt das alles so langsam vor. Aber ja, dann bestätigt das, dass wir vielleicht doch ganz gut in der Zeit liegen und doch ganz viel geschafft haben. Und das sind so Momente, da bin ich ehrlich gesagt und sie glaube ich auch ganz schön glücklich. Kriegt man schon Kraft, wenn die da sind, auf jeden Fall. Sie sind schon im Moment am Treffen schon im Zeitgeist, extrem stark finden wir. Also sie sind eigentlich auch schon nach vorne denkend und es ist tragbar auf jeden Fall, aber es ist trotzdem anders kreativ. Es macht auf jeden Fall Sinn, das weiter zu verfolgen. Kreativ. Folge 2 Ja